Hallo liebe Leute, heute besprechen wir mit euch die Blumen bzw. die Kamille, das Gänseblümchen. Und zwar mittels dieses Eintrages, der Link ist in der Beschreibung. Ich habe heute auch eine Kirschblüten Sakura auf einem Produkt gefunden aus Japan. Jetzt habe ich immer, wenn ihr den lest, schön in Ruhe, die Musik eine nach der anderen. Da ist manchmal ein wenig lang, da muss man weitermachen, weil man sonst zu arg wird. Da geht es dann um einen Blumenkrieg etwa. Und auch ich habe hier am Ende die gelbe Rose. Es gibt ja da dann irgendwelche Zusammenhänge mit Rosen, Roten, Gelben, Kamille, Kirschblüte, scheint in Japan auch interessant zu sein. Da geht es dann um die Yellow Rose of Texas, um Gelb Tu, das ist diese Blume, die ich fand. Und ich werde jetzt eine Kamille-Gravurscheibe machen. Eine Kamille seien wir, sagen manche. In echt müsste ich jetzt raussuchen, ist auf holztalente.cracker.info. Müsst ihr wissen, in der Kunst, es gibt das Wort bildende Kunst. Und da müssen wir sehen, wie könnte es sein, dass man gute Kunst macht. Und ich mache jetzt ein Kamillenscheibchen zum Beispiel und eine mit Sakura auf Japanisch geschrieben. Und werde sie dann wieder weitergeben. Bis dahin, gehabt euch wohl und denkt dran, an meinem Revier ist es auch dran. Die Kamille hier. Und die trage ich immer rum, damit es schön sein kann. Ja, bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüss.